Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Celeste. Mein Name ist Rixi und ein herzliches vielen Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Wir sind hier stehen geblieben bei der letzten Folge, weil ich aber nicht wusste, wie ich diesen Stein verwenden soll, den da genau. Und da habe ich auch noch mal überlegt, vielleicht muss man einfach seitlich dran. Und so ist es auch. Oh Mann, 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 ey. Ich dame. So simpel eigentlich. Na super. Da habe ich euch super gemacht. Wir müssen mich nach rechts hin. Oh Mann, Mann, Mann. Gut, nochmal. Gehen wir aber jetzt hin. Ne, jetzt Sicherheit. Und da lang. Oh, yes. So muss das nicht sein. Gut. Wenn wir das auch. Was gibt es hier? Oh, hier geht es auch hoch. Moment mal, was gibt es hier noch? Sonst ist hier nichts. Gut, dann gehen wir mal hin. Zack. Und zack. Uh, shit. Hm. So muss man schon mal oben. What? Was war das für ein Jump gerade? Okay. Runter, runter. Ja, ja, ja. Gut, gut, gut. So muss das sein. Sehr schön. Komm mal wieder voran hier. Das ist doch herrlich. Oh. Na, super gemacht. Ich muss mich nach oben dann. Okay. Ach, verdammt nochmal. Kann das wahr sein. Tricksi. Portation. Ich muss schon hin. Kriegen wir schon hin. So nicht. Hm. Nochmal. Ich kriege das schon hin, irgendwie. So. Nein, das war zu kurz. Hm. Ganz so einfach hier. So. Wupp. Ja, wunderbar. Und, yes. Sehr schön. Wir haben es gefragt. Super. Hm. Sehr gut. Aber ich muss sagen, die Umgebung und die Musik haben wir schön gemacht. Was gibt es denn hier? Moment mal. Das checke ich mal. Was gibt es hier? Das ist ja nicht normal. Ne, Erdbeere gibt es hier. Na, super. Die kann man aber nicht wirklich gebrauchen, würde ich mal sagen. Hm. Hm. Mach du mal. Nein. Wow, 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 wow. Hopp. So. Ne, das war blöd. Das war blöd. Verdammt. Okay, dann müssen wir also dann von oben dran scheinbar. Hopp. Und dann hier hoch und dann runter. Genau so muss das sein. Sehr gut. Dann versuchen wir uns mal festzuhalten hier. So. Und. Nein. Hab ich schon verpasst. Oh. Kriegen wir hin? Das bekommen wir hin. Das bekommen wir hin. Komm. So. Na. Hopp. Hoch, ne? Dann so. Sehr gut. Oh. Nein, das war falsch. Hm. Ja, genau. Hüpfen wir einfach an den Tod. Geht schneller. Na, kommst du. Hopp. Ah. Jetzt aber. So. Muss ich mal so machen. Oh, das war knapp. Hopp. Oh. Ah, nein. Hab ich die Erdbeere verpasst. Ah, komm. Egal. Lass mir die Erdbeere sein. Und jetzt haben wir wieder hier klettern ohne Ende, wie es aussieht. Nix da. Kannst du vergessen. Nicht mit mir. Nein. Also muss noch knapper rüber. Okay. Komm. Was schaffen wir jetzt? Und. Hussa. So. Schnell da hoch. Gut. Muss mal gucken. Und. Hopp. Nein. Das ist halt auch hochspringen auch. Hm. Celeste. Was machst du? Äh, Madeline. Was machst du denn? Ich hab nicht grad, wie der Name Celeste entstanden ist. Was das bedeuten hat überhaupt. Hup. Ach. Du sollst ja schreck nach oben. Mensch, Mädel. Zeig doch mal den Leuten, was du kannst. Komm. Das schaffst du doch jetzt, oder? Komm. Hup. Ja, wunderschön. Sag doch. Es klappt doch. Okay. Jetzt müssen wir da in die komische Popel. Nein. Ah. Gar nicht so einfach. Also ich hab das Gefühl, das steigert sich hier gerade ungemein, der Schwierigkeitsgrad. Gefällt mir gar nicht. Hup. Yes. Sehr schön. Und zack. Und zack. Yes. Sehr gut. Dann kriegen wir doch alles hin, ha? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und nun so. Wo bin ich? Äh. Nein. Ich bin da oben irgendwie hängen geblieben. Keine Ahnung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Komm. Ich... Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das hinbekomme, noch die zweite Folge hinzukriegen, weil ich muss um 15 Uhr weg. Ich hab's nämlich gestern verrafft, dass ich nämlich eingeladen bin zu einer bodistischen Veranstaltung. Bin ich mal gespannt, was da mich erwartet. Und zack. Äh. Ja. Gut. Gut, 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 gut. Sehr schön. Das machen wir mal hier lang. Und so. What? Was ist das? Und jump dir abends mal so hoch. Verstehe ich nicht. Naja. Mir soll's recht sein. Okay. Hopp. Und... Nein. Oh Mann, das war so schön aus. Verdammt. War richtig pro-like aus. Ach. Was ist das denn gerade? Jump einfach weg von dem... von der Wand hier. Ja, super. Sehr geschickt, Trixi. Springen wir einfach mal schön in die Spitzen rein. Nein, diesmal nicht. So, rüber. Und... Ja. Sehr gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hup. Ah. Ganz einfach. Komm, jetzt aber. Oh. Ach Mann, ich muss weiter nach links landen. Weiter nach links. Da, genau. Yes. Sehr gut. Wow, 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 wow. Okay. Und was? Sehr gut. Haben's geschafft. Boah, dieser Wind. Der geht mir auf die Nerven. Uff. Okay, wo müssen wir jetzt her? Unten her. Okay. Hopp. Hopp. So. Ja. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie kommen wir da hin? Eigentlich so, gell? Ja. Anders wüsste ich es nicht. Da war noch eine Erdbeere, hab ich gerade gesehen. Verdammt. Wir haben es verpasst. Ah, endlich mal. Kein Wind. Ich bin froh drum. Was gibt es denn da oben? Ich muss mir mal anschauen. Ah. Wir müssen also da her. Dann. Oh, 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 oh. Ah. Müssen wir denn eigentlich? Wir müssen einfach so rüberjumpen. Guck ich mal aus. Hup. Ne. Geht nicht. Okay. Schade. Hätte ja sein können. Autsch. Ein bisschen oben drauf. Okay. Gut. So. Ach man. Warum renne ich da rein? Ich Idiot. Lachen die Kreissäge laufen, oder wie war das nochmal? So. Okay. So. Nein, 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 nein. Ach man. Jetzt aber. Komm, komm, komm. Oh. Sehr gut. So. Und. Ach verdammt nochmal. Mit dem Kopf gegen die Wand gehüpft. Genau. Sehr gut. Haben wir mal. Ja, das nochmal mit dem Spruch mit dem Schläge auf dem Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Ne. Müsste ja hoch intelligent sein schon. So. Jetzt aber. So. Sehr gut. Nein. Ach man. Was mache ich denn da? Ich penne diese. So. Jetzt aber. Wir sind alle. Nicht alle guten Dinge sind drei. Bei mir sind alle guten Dinge sind tausend oder so bei mir. Ah. Seht ihr mal. Was? Was? Du Mistding. Äh. Moment mal. Komm ich denn da hoch? Hm. Okay. Ah. So. Ich weiß wie. Ich weiß glaube ich wie. Da lang. Dann da. Dann hier rüber. Und. So. Genau. Und dann hier rüber. Oh Gott. Nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Verdammt. Ich habe einen Fehler gemacht. reservever medications. Okay. Oh mein Gott. Nein. Das könnt ihr so vergessen mit mir. Nein. Komm. Illene. Von rum will ich einfach mal hoch. Ja. Da geht es auch noch weiter. Okay, kann man sich einfach hier hoch? Ja, wofür brauchen wir das Ding denn? Keine Ahnung davon, wie? Den können wir wieder steuern glaube ich. Ja, den können wir wieder steuern. Nein, das war falsch. Hm. So. Ah, okay. Äh, wo's, wo's? Nein! Ah, Mann, Mann, Mann. Wie mach ich mal von vorn hier dran? Wo ich mir so dran hüpfen? Was? Hat nicht gereicht. Oh, und so. Yes, das war richtig schön gemacht. Gut, wir mal einfach schnell hier lang und den. Nein, ich wollte den aktivieren, verdammt. War ein Pixel daneben. Doof. Gut, jetzt geht's weiter, weiter, weiter. So, und zack. Yes, sehr schön. Wir haben's hängen gekriegt. Oh, ist ein bisschen höher, höher, höher. Ja. So, wird ein Schuh draus. Okay, wie kommen wir... Ah. Müssen wir, mit dem Schwung müssen wir arbeiten, oder wie? Ah, ne, ne, ne. Müssen wir höher vielleicht? Probiert mal aus, gerade. Na. Ja, ne, ne, ne. Wir müssen wirklich rüberhüpfen direkt. Hopp. 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 Oh mein Gott. Wo muss man da hin? So, machen wir mal hier hin. Äh, Ich hätte warten sollen. Okay. Gib Wind. Hopp. Whee. Wow. Das war knapp. Wir warten auf dem Wind. Es ist komisch, dass der Wind da durchkommt. Aber okay. Wir müssen uns beeilen. Sehr gut. Yes. Haben wir auch ihn bekommen. Ja, wir werden richtig gut hier. Aber was ist denn das da oben? Ah, ein Sprung, ein Sprung. Okay. Hopp. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Oh Mann. Der Wind bringt mich noch um hier. Nein, 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 nein. Lalalalalala. Wo muss ich denn überhaupt hin? Hier. Ich muss noch nach oben. Okay, das habe ich verstanden. Okay. So kommen wir natürlich auch weiter. Nein. Irgendwie sind wir da gerade in den Geheimraum gehüpft. Oh Gott. Alter, wie soll man das schaffen? Ah. Hammer hat dieses Game. Boah. Ja. Wie soll man das denn schaffen, bitte? Nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein. Falsch rum. Ach, Mann. So, in etwa. Da müssen wir... Hier, schräg. Yes, Baby. Sehr schön. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ach, nee. Das hat mir war, das Spiel ist echt hart manchmal. So, jetzt aber. Nein, 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 nein. Ich will das schaffen. Ich will das packen jetzt hier. Also nicht. Okay. Sehr gut. Nein, ich hab da noch unten gedrückt. Was soll das? Dank nochmal. Nein. Aha. Yes. Gut. Nein, nach oben, nach oben. Oh Gott, nein. Oh Mann. Ah, echt. Schwieriges Spiel. Okay. Ja, wunderbar. So, haben wir das schon mal? Okay. Das ist alles nur für eine Erdbeere. Das kann mit wahr sein, oder? Oh. Was ist das denn für eine Musik? Fällt mir nicht. Fällt mir gar nicht. Oh Mann. Lass mich mal hier durch. So, machen wir es halt so. Oh mein Gott. Was? Das geht das ganze Zeit so? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso lassen wir es schaffen? Alter, Walter. Nein, das war zu weit. Oh Mann, Mann, Mann. Okay. Und. Ach, das war zu weit. Kann man auch normal springen, ey. Keine Chance. Okay. Oh Mann. Ist er zurück. Da muss er wirklich her. Das kann halt wahr sein, oder? Kann man den Wind wieder ausschalten? Das ist doch schrecklich. Okay. Muss nochmal packen, ja. Hup. Und. Hup. Und. Hup. Und. Hup. Yes. Gut. Gut, 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 gut. Ja, ist klar. Was wollt ihr noch alles von mir haben, bitte? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso haben wir das hier zu packen? Oh Gott. Ach, da ist ein Dings. Okay. Ich habe schon gedacht, wieso wir das nicht hinkriegen jetzt? Moment, man muss mal schnell hoch, weil wie. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, schnell. Oh. Alter. Das Spiel wird ja ultra schwer. Mann, 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 Mann. Oh. Nein, 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 die kommt nicht mehr an. Hm. Okay, muss man wirklich schnell sein. Oh Mann, das kann ich wahr sein. Das ist aber wirklich so schwer, oder? Nein, das hätten wir hingekommen können. Oh. Oh, super. Leute, ihr wollt mich echt hier quälen. Kann das sein, dass ihr mich einfach nur ärgern wollt hier? Oh, nein, 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 nein. Hopp. Ach Mann, hüpft doch mal zur richtigen Zeit, Mädel. Hopp. Hopp. Ah. Ja, das hat man das hinbekommen. Ah, muss man das schwerer machen. Okay, und hopp. Ah, fast. Fast. Hopp. Yes. Yes, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Sehr gut. Nein. Ah. Okay, das geht auch. Interessant. Oh nein. Nein, bleib stehen. Was mache ich denn auf dem Mist gerade? Ah. Das geht wirklich. Das ist ja lustig. Ach, mal holen wir mal aus. Oh. Zack. Hi, 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 hi. Wow, 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 wow. Oder? Rollst's. Sehr schön, wir haben's geschafft. Yes, 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 yes. Gut. Oh mein Gott, was da? Ich werde gerade beworfen von Eiskugeln Sonst ist doch alles In Ordnung bei euch, gell? Hoffe ich doch mal Okay, wo schießt du jetzt? Oh mein Gott, ah, man kann die kaputt machen Interessant Hopp Hopp, nein, nein, oh man, 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 man Oh, oh, komm Yes, 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 komm rüber Walter, 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 Walter Das kann nicht so heavy, das ist ja echt Abnormal, das Game Uh Nein, nein Wow Okay, da rüber Ah Alter, die quälen mich aber hier gerade Ungemein Nein Mann Oh, ich vergesse diese blöde Schneekugeln Oder Eiskugel, weiß ich, was das ist Keine Ahnung Dann ruf Nein Gut, schön gebückt Läuft es also auch Hoppala Gut, schneller hoch Da lang Nein Gut, gut, gut Hopp, hopp Yes, gut, gut, gut Wir haben es geschafft Sehr schön Wir kriegen es hin, Leute Wir kriegen es echt hin Jetzt kommen aber keine Eiskugeln Oh Doch, komm Okay Sehr nett von euch Ich hab euch auch lieb Spiel Was machst du mit mir Autsch Bin mal gespannt, wie oft ich hier gestorben bin Diesmal Hopp Yes, gut, gut, gut Rüber, rüber Komm, weil ich Bevor da eine Schneekugel kommt Ich weiß ja nicht Ich trau dem Spiel mittlerweile Alles zu Komm, rüber Sehr gut Einmal ein bisschen Luft Da auch Ah, so kriegen wir es hin Nein, so nicht Oh 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 Gott Oh Mann, du blöde Eiskugel Du Mann Ah, super Huh, ist das hart hier So Ausruhen Weiter Ausruhen Weiter Ja, so kann man es hinkriegen Hopp, runter Gut Nein Yes Gut Oh, das war knapp Das war knapp Icoski Alter, das ist ja richtig Abnormales Game Nein Wow, wir haben es hingekriegt Oh Nein, nein, nein Nein Wir haben es fast hinbekommen Gut So 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 Ah Dürfen nicht Dodgen da, glaube ich Aua Kann man da so schräg runterhalten Gucken Gut Yes Yes Oh Nein Oh Mei Ist so Abnormales Game hier Ah, verdammt Was mache ich da mit dem Mist Nochmal Hopp, hopp, hopp Hopp So Hopp Hopp Oh, nein Ich habe gepennt Mmh Nochmal Zack, zack, zack Und tot Super Hast du super gemacht, Rixi Ja, jetzt aber Komm Okay Hopp Hopp Oh, nein Warum hat er das nicht gemacht Hm Ist echt schwierig gerade Ach, verdammt Da wäre ich so oder so tot gewesen jetzt Okay Hopp Hopp Und hopp Und hopp Ja, 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 ja Wir haben es geschafft Wow, war es knapp, ey, Leute Woo Okay Jetzt müssen wir da rüber Oh Mann, wie lange geht denn der Level noch Ist ja schrecklich Okay Hopp Hopp Oh, nein Ja, was Ja, war ich echt mit klug als Verstand Oh, endlich kein Wind Na, super, doch, Wind Hopp Hopp, hopp Wie immer so schön heißt So So Okay Ähm Wo müssen wir jetzt her Ach, da oben her Okay, okay, okay Verstanden So So müssen wir nämlich dahin Okay Oh, wohin? Äh, ah, okay Okay, wir können dann nach oben rechts Oh Mann, oh Mann, oh Mann Das Spiel ist echt Einwillig verwirrend manchmal Oh, 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 oh Das war echt heavy Oh Mann, oh Mann Madeline Warte Wer ist denn das? Ah, Theo Hey All das Haus Oh, nein Autsch Haben wir alles überlebt? Geschafft Theo, alles okay? Uff, ja Warte mal einen Moment Eine Gondel? Ich wollte schon immer mit einer fahren Sieht ziemlich alt aus Aber vielleicht funktioniert sie ja noch Ist hier kein anderer Weg Über diesen Kluft zu bekommen Auf geht's Jo Diese Hebel scheint wirklich zu sein Ähm, okay Huch Boah, das kippt noch ganz schön Gas Wie immer Locker, leicht Ich war in einem vergangenen Leben Wahrscheinlich Gondelführer Para Glaubst du, dieses Ding ist sicher? Ich bin sicher Es ist in Ordnung Hm Wie ist es mit Ojiro ausgegangen? Du hattest recht Ich hätte nicht versuchen sollen, ihm zu helfen Ich wiederhole es nicht gern Aber das habe ich dir ja gleich gesagt Ja, ja Ich hätte auf dich hören sollen Es ist nichts passiert Das ist das Wichtigste Die Luft ist hier so dünn Ich kann kaum atmen Okay Wenn wir auf diesem Ding kein Selfie hinterkriegen Werden wir es bereuen Hupsala Ich kann durch den Nebel nicht einmal den Boden sehen Wo sind wir Weniger Panik Mehr Pose Was war das? Hm Sieht aus, als stecken wir fest Jupp Da oben Sehe ich was Böses auf uns zukommen Das ist echt übel Mal sehen Ob Oh Scheinbleister Nun Das ist nicht gut Was passiert hier? Nein Das ist wirklich nicht gut Madeline Alles okay Ja Ich kann nur Nein Nichts ist okay Ich kann nicht atmen Du hast eine Panikattacke Wie konntest du nur so denken Mit diesem Ding zu fahren War eine gute Idee Komm schon Jetzt lass das nicht an mir aus Bleib jetzt schön auf meiner Seite hier Mein Opa hat mir da einen Trick beigebracht Mach die Augen zu Stell dir vor Dir schwebt eine Feder Ach vor dir Siehst du sie? Okay Mein Atem lässt diese Feder weiter schweben Atme einfach langsam und gleichmäßig Ein und aus Ach das muss ich machen Ah wie cool ist das denn So Muss ich das dann im Ding behalten Kann das sein? Probieren wir mal Und Hoch 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 Okay Wir müssen das doch gestalten Lachen können lassen Schauen wir auch Ein Aus Ein Aus Wie lange muss man das machen? Ein Sie fährt weiter ohne Hebel Siehst du Wie immer locker und leicht Ich hab gedacht der Hebel Wert gebrochen worden Ist mich verwirrt Wie hat er das Ding denn Keine Ahnung Davon wie Willst du dich besser? Ich glaube schon Danke Dass du mir geholfen hast Mich zu beruhigen Woher Woher wusstest du Dass wir uns hier bewegen würden? Oh Ich hab gedacht Wir werden erledigt Oh Mein Gott Aber schau dir dieses Selfie an Zeig mal Zeig mal Zeig mal Zeig mal Geil Kapitel abgeschlossen Sehr schön Wir haben es geschafft Und wie oft sind wir gestorben Komm Wie oft Ach 112 Mal Das geht ja noch Dann werden wir Ach das ist ja ein Berg wieder nicht dargestellt Das ist ein blöder Bug Moment mal Ich komm mal zurück Klettern Braut fahren Ach keine Ahnung Das ist ein Bug Ich weiß nicht worum es liegt Nur noch eins zu sagen Vielen 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 Dank Dass ihr wieder eingeschaltet habt Echt Dankeschön Und vielen 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 Dank Für die Kommentare Und die Likes Und so weiter und so fort Echt Dankeschön Ihr seid echt die Besten Ansonsten Wenn es euch so weit gefallen hat Lasst mir ein Kommentar auch da Oder ein Abo Oder ein Like Ich würde mich super darüber freuen Man sieht sich Man hört sich Man schreibt sich Bis zur nächsten Folge Euer Tricksie Ciao 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 Ciao